Wenn man die Zahlen von 1 bis 100 schreibt, wie oft schreibt man die Zahlen von 1 bis 100? Einmal! Einmal! Ammo-Seite macht Sinn! Aber nein! Ammo macht Sinn! Nur einmal! Neun! Was für Ammo macht Sinn? Ich hab das doch gesagt! Zehnmal! Ich bin der Genie! 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 19 Mal! Ich sag zu Prell, was willst du sagen? Ich sag einfach zu! Teile 30 durch 1,5 und viele 10 dazu! Wie viele gibt es? Das noch! Ey, sind das Idiotenfragen oder ist das abgeklosen? Ich hab keine Frage! Wallah! Kommen wir mit! Bionomische Formel! 30 mal 0,5... Teilen! 30 mal 0,5... Ach, teilen! Die Hälfte! 80 Minus, ja! Stopp! 30 mal 1! Plus 10! Du musst 5. Anstoß! Du musst die Fragen haben! Das heißt ja beim Bienenlash! Ich höre auf alles, was ich habe! Das ist aber ein Bienenlash! Das ist aber ein Bienenlash! Das ist aber ein Bienenlash! ! Für dich! Das ist aber auch ein Bienenlash!